Diese Schwiederarbeit. Viktorianisch oder vielleicht älter. Mann, das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Vielleicht können wir hier durch. Das kriegen wir nicht vom Fleck. Sicher nicht. Wer wartet? Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohl? Mist. Okay, fast geschafft. Das sollte klappen. Lass dir Zeit. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh shit, runter. Gut gezielt. Vielen Dank für die Hilfe. Hey, da ist Malos Auto. Okay. Ab hier, keine Waffen mehr. Dschüss. Okay. Da. Du bist mal. Das war seltsam. Aber, das ist ... Hände hoch. Oh Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben. Hey, du verstehst du? Das ist falsch, wir sind aus Cleveland. Oh, toll gemacht. Guter Junge. Verdammt, wo sind wir denn hier gelandet? Sowas hab ich noch nie gesehen. Eine Art Bahnhof oder sowas. Ja, ja, das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann, immer wenn man glaubt, seltsamer wird's nicht. Psst, zurück. Erledige sie, leise. Gut gemacht, Jungs. Na los, die sind sicher hier durch. Und es wird seltsamer. Wow, dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Nach oben. Weiß er nicht. Hey, hier drüben. Nein, 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 im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlempig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich hab ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Kata. Aha. Auf die Posten, Männer. Und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie. Und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Wie ihr das macht? Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du was das ist? Das ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ja, ja. Ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset. Genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie. Die. Wer immer diese Leute sind. Ach komm. Was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding. Darauf hast du 20 Jahre gewartet. Klar. Ja. Okay. Dann los. L-O-H-D-N. Was denn? Oh, es heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfall war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff? Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Wo nach suchen wir überhaupt? Die Golden Hind. Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey. Ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz seines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Dieser Ort ist der Wahnsinn. Das Zeug hier muss ein Vermögen wert sein. Nate, wir können hier nicht rumspazieren. Sie sind gleich zurück. Ja, genau, Kumpel. Mach hin. Ja, genau, Kumpel. Das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Nein, wir könnten hier Hilfe brauchen. Na, los, Lenn, komm, schau! Lass zu Hände, machst du! Nehmt das Huch, wo die Schiff nie ist! Alles klar. Los, los! Uns geht die Munition raus. Nehmt die Hörbarten! Wiesbüye! Wiesbüye! Shit! Die sind überall! Das war dann dein All! Wir müssen hier bestimmen, Nate! Lauf einfach weiter! Wir finden einen Ausgang! Scheiße! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Oh, shit. Is it goodbye? Wir müssen weiter! Vorsicht Nate, die lauern hier überall! Wir müssen weiter! Das ist der Leiter! Los, Beeilung! Beeilung! Katapada, wo sind wir? Am Bahnhof, North Edward. Los! Klui, hörst du mich? Wir kommen aus dem Bahnhof, North Edward. Keine Zeit für Erklärung. Sehr netzlich. Scheiße. 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 Feiglich. Scheiße. 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 Was ist denn los? Scheiße. Scheiße. Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten sie die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. 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 Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht sechs Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee. Einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja. Ja. Er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig wehrliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Miss Moneypenny. Also weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat. Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll. Aber warum? Das wär dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert. Vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich versteh nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar. Die verschollene Stadt Iram. Die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben. Im Sand der Rub-Al-Kadi-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elisabeth und die haben Drake hingeschickt. Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Malo danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden. Wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich mein, Drake wusste nur die eine Hälfte. Und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Malo weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-Al-Kadi-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außen rum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie finden. Lass mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht sabäisch aus. Das ist sabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein. Ihr zwei geht nach Syrien. Wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Hm. Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung. Wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat. Ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's? Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen. Man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch nen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Na los. Ja. Ist nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder zwanzig. Ach, wir verlaufen uns noch wie in Peru. Haha. Du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. Schwung, Sie waren jetzt noch mal. Nachdem Sie das abgült.